Musik Wo kommt der denn her? Achso, der dreht hier hinten um. Ich hab grad schon gedacht, wo kommt der denn her? Ach, das ist doch kacke. Wieso produziert der hier oben nichts? Kann der mal bitte produzieren? Ah, es geht wieder hoch. Es geht wieder hoch. Oh, zum Glück. Oh, zum Glück. Okay, was machen wir denn in der Zwischenzeit? Überlegen. Überlegen. Wir haben 300.000, aber können wir keine Bahnlinie bauen. Das ist schon mal klar. Ansonsten wäre ich schon mal nach Welldingen. Äh, Wellendingen. Die Zugstrecke gebaut. Aber das lohnt sich noch nicht. Ja, weil wegen kein Geld. Genau. Ihr habt's erfasst. Gut, haben wir denn noch irgendwo anders irgendwas, was wir tun könnten? Da ist Vieh. Das könnten wir eventuell nach hier oben transportieren. Aber das lohnt sich alles noch nicht. Irgendwann werden wir das alles per Zug machen. Weil das hier sind dann doch ganz schön weite Strecken. Könnten jetzt diese Ölstrecke hier schon mal verbinden. Und dass wir das denn schon mal nach da, äh, nach Gründingen transportieren lassen. Ich guck mal, wie viel das kosten würde. Oder wir machen das einfach mal. 300.000, alter. Wo lebe ich? 70.000, 27.000. Wie viel würde denn eine Straße nach da unten kosten? Hat Krümmung zu groß? Wie Krümmung zu groß? In die Richtung? Hä, bist du doof? Wie doof. Wie doof. Ah, Steigung zu hoch oder was? Tatsache. Alter Schwede. Okay, das können wir uns momentan noch nicht leisten, würde ich fast behaupten. Oder kriegen wir das irgendwie günstiger hin? Mit Aufschütten vielleicht? 70. 103. 84. 79. Ja, 79. 80. Das geht noch. Bauen wir das einfach mal einmal. Dann gehen wir nach hier unten. Bauen hier eins. Das hätte ich gerne auf der Seite. Drehen, 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 drehen. 30, 27. Kriegen wir das noch günstiger? 20. Das geht. Dann brauchen wir hier noch irgendwo ein. Am besten. Okay, das wird jetzt wieder teuer. Wenn ich das gerne hier hätte. Ha. Scheiße. Na, wie teuer wäre das? 500. 500. 6. Ha. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Eine Million. Alter, was sind das denn? Was haben die denn für einen Wert? Wie krank. Ich baue das jetzt hier vorne. Guck mal. 17.000. Zack. So, dann können wir jetzt eine Linie bauen von hier oben. Äh, Linie. Neue Linie. Na komm hier. Meine Tastatur war gerade am Weg. Mach das mal zu. von da nach da. Wie nennen wir das? Grüningen Süd. Also, Grüningen Öl nennen wir das einfach mal. Grüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Rohöl. Öl. Speichern. Gut. Brauchen wir hier noch ein Depot. Bauen wir das auch nochmal. Das Straßenfahrzeugdepot. Hier. Dreh, 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 dreh. Zapp. Gebaut. Den kaufen wir uns da, keine Ahnung. Fünf, sechs, sieben. Pferdekutschen mit Rohöl. Rohöl, 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 Rohöl. Rohöl da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Kaufen wir uns erstmal acht. Alle zuweisen. Auf grün liegen Rohöl. Dann bauen wir uns gleich noch eine Strecke. Neue Linie. Und zwar von hier nach hier. Da bauen wir dann auch nochmal gleich acht drauf. Früher habe ich das immer so gemacht, dass ich die einzeln alle raufgesetzt habe. Aber das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil das einfach fürs Let's Play zu langwierig ist. Wenn ich da stundenlang die Karren einfach auf die Strecke setze, damit sie schön auseinandergezogen sind. Aber die ziehen sich auch halbwegs selbst auseinander. Das passt schon. Grün... 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 Dingen. Warte mal, gr... Warte mal. Grün ist das jetzt... Grün... Gründingen unter... Achso, gar... Garn... Garnbach ist da drüben, ne? Ich hoffe. Grün... Warte mal. Hä? Wie schreibe ich den Grün? Da fehlt das R. Grün... Ding... Nen. Richtig? Grün... Nicht. Grün... Nen. Ich hoffe, dass ich... Habe ich das da hinten auch schon falsch geschrieben? Treib... Stoff. Das ist doch scheiße, dass ich mich dabei so konzentrieren muss. So. Gründingen Treibstoff. So. Du, Straßenfahrzeuge kaufen. Mal hoch hier. Du. Treibstoff... Treibstoff da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Äh... So. Gründingen Treibstoff. Genau. So. Gut. Dann haben wir hier schon mal eine neue... Äh... Zwei neue Linien, die uns eventuell, wenn die irgendwann mal eine Runde rum sind, Geld bringen. Ich hoffe, dass das was wird. Währenddessen gucken wir mal hier oben, ob das sich hier schon wieder erholt hat. Hat das sich erholt? Ne. Immer noch nicht. Also das heißt, sie macht immer noch keinen Plus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Machen alle Minus. Außer die Bahnstrecke. Also heißt das jetzt für mich, dass ich jetzt eins, zwei, drei... Warte mal, wie viele sind da denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn. Das heißt, ich nehme davon jetzt sechs Dinger runter. Da ist ja was drin, Löke. Depot. Depot. Alter, ich finde das doof, dass das hier so laggy ist. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ihr zu wenig Arbeit sprecher habt. Eins, zwei. Die behalte ich auf jeden Fall noch. Weil nicht, dass, ähm, irgendwann die wieder zu viel produzieren. Den kann ich nämlich wieder raufsetzen. So, und eins, zwei noch, ne? Dann sind mitgezählt so ein Scheiß. Wieder zu. Das ist doch kacke, dass die Maus so langsam ist. Buh! Depot. Okay, soll reichen. Jetzt sind da noch zwei, vier, sechs, sieben drauf. Das passt. Dann nehme ich hiervon auch nochmal fünf oder sechs runter. Das lohnt sich ja einfach nicht. Dann leg ich ins Depot. Nein, das ist einer von Getreide. Den will ich nicht ins Depot schicken. Oh, Straßenfahrzeug 6, der ist noch. Straßenfahrzeug 4, schon übel alt. Wie alt bist du? Acht Jahre schon. Alter Schwede. Zack. So. Oh, ich hab eben schon wieder einen vom Getreide weggeschickt. Hab ich gerade festgestellt, aber er macht nichts. Das reicht aus. Dann nehme ich nur den hier. Straßenfahrzeug 16. Zwei. Okay, theoretisch muss ich da noch ordentlich ein paar runternehmen. Es lohnt sich einfach nicht, die da zu unterhalten. Dadurch kostet mich das bloß noch mehr. So. Das sind jetzt... Nehme ich noch zwei runter. Zack. Und den hier noch. So. Das sollte passen, weil somit sollte sich das auch ein bisschen akklimatisieren, dass das... nicht mehr ganz so doll... ist mit... äh... Verlust. Und eventuell fährt dadurch ja auch die Produktion wieder hoch. Fährt wieder runter. Aber ist jetzt egal. Ich muss sparen. Weil bevor wir hier wieder kein Geld haben... Oh, wir haben Geld. Wo kommt das denn her? Okay. Ja, die hier sind alle scheinbar noch nicht mal ansatzweise losgefahren, ja? Also siehst, um sowas hier zu vermeiden... habe ich immer die auseinandergesetzt, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt waren. Dann ist jetzt das nächste losgefahren. Somit war das viel ausgeglichener, als das jetzt ist. Guck mal, 16 Stück. So werden immer nur schwunghaft welche mitgenommen. Und dann stehen die da. Das ist auch doof, finde ich. Hm. Guck mal hier, das ist genau das Gleiche. Wir müssen mal den Zug updaten. Bisschen hochschrauben die Kapazitäten. Haben wir schon was Neues? Ich glaube nicht. Ne, wir haben noch nichts Neues. Hm. Ist ja doof. Komm schon, fahr die Produktion. Oh. Acht. Oh, zehn. Er fährt die Produktion tatsächlich wieder hoch. Liegt das daran, dass ich die runtergenommen habe, oder was? Hm. Mysteriös. Mysteriös. Na, fährt er sie noch weiter hoch? Keine Vergrößerung oder Verkleinerung geplant. Aufrüsten. Was kann ich denn daran aufrüsten? Keine Parameter. Okay. Cool. Das will ich mir jetzt hier einmal angucken. Was kann ich denn hier aufrüsten? Alter, ich kann sogar neue Gleise anbauen. Acht Gleise. Alter Schwede. Alter Schwede. Yes. Ach so, das ist der zweite Ausgang. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Ich glaube, ich werde da mal ein bisschen nachhelfen, dass sie sich darüber baut. Wenn es auch kompliziert wird, glaube ich. Oder was? Oder was? Oder wer? Ja, siehst du, das wird kompliziert. Bau nicht möglich. Wie sieht es hier aus? Ja, das könnte gehen. Aber dazu müsste ich die Gleise halt noch ziehen, ne? Dazu müsste ich die Gleise noch ziehen. Aber das ist ja kein Problem. Weil dann sehe ich auch, ob es wirklich passt. 14.000, die habe ich denn auch noch. Können sie nicht ganz so schnell aus dem Bahnhof rausfahren, weil es eine Krümmung hat. Ha! So, dann muss dieses Haus leider weichen. Yeah, das geht. Yeah, geil. Und dann habe ich da eine schöne direkt... Ah, das ist fungervoll. Das ist ja geil. Ich muss warten, bis ich wieder Geld habe. Das ist cool, dass das geht. Oder geht das auch noch ein Stück weiter, dass ich das Haus nicht abreißen muss? Komm, treff das X jetzt. Das geht, glaube ich, nicht noch ein Stück weiter, oder? Okay. Aber da werde ich auf jeden Fall nachhelfen, dass sich die Stadt ein bisschen um den Bahnhof rumbaut. Da habe ich Lust drauf. Weil das baut sich ja hier sowieso... Also hier... Ich kann ja nicht hier... Jetzt habe ich eben gerade vor dem... Äh, vor dem... Dings hier rumgefuchtelt, vor dem Bildschirm. Blblblblblblblblblblb. Ich kann ja nicht hier... Also ich kann ja nicht hier... Ne? So. Das baut sich ja hier schon eh so aus. Dann wäre das schon cool, wenn das gehen würde. Steigung zu groß. Warte, 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 warte... Wunnen Stück weiter, ne? Das ist cool, das ist cool. Aber dann wird es natürlich schwierig mit erweitern. Aber da brauchen keine acht Gleise. Acht Gleise werden die nachher in der Mitte. Also, acht Gleise werden da, wo viele Züge... Hier werden viele Züge enden, glaube ich. Weil es, naja, ist die größte Stadt. Aber ich würde gerne irgendwann so eine Linie haben, dass man von einer Stadt auf jeden Fall auf die anderen Seite mit dem Zug kommt. Dann würde ich auf jeden Fall noch ein, zwei Flughäfen bauen. Und dann halt noch eine schöne Strecke mit dem Boot. Ein Boot. Wie sieht das Ding eigentlich aus? Heißt das denn Werft oder so? Docks. Ist ja geil. Ist ja geil. Ist ja geil. Jetzt haben wir hier. Braucht das eine Straße oder so?